Ich hatte gestern einen Straßeneinsatz und da ist es mir wieder begegnet und eigentlich begegnet es mir überall, wo ich Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus überbringen möchte. Manchmal sind die Menschen offen und manchmal machen sie von vornherein schon zu, weil sie sagen, guck dich doch mal um in der Welt. Würde Gott so etwas zulassen? Wo soll Gott denn sein? Gott hat doch die Menschen verlassen. Und dann denke ich, das gibt es doch nicht. Es ist einmal auf den Kopf gestellt, das Evangelium. Es ist verdreht. Nicht Gott hat die Menschen verlassen, sondern die Menschen haben Gott verlassen. Und Gott greift sehr wohl ein. Er hat alles schon getan, nämlich mit Jesus Christus. Mehr geht nicht. Und deswegen möchte ich dir hier in diesem Video das volle Evangelium noch einmal erzählen, weil ich glaube einfach, viele Christen haben das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Sie denken, ja, ich glaube an Jesus und das war es dann. Aber das volle Evangelium ist eben für die Ungläubigen viel, viel mehr und für manche Christen auch viel, viel mehr. Nämlich das volle Evangelium. Und deshalb möchte ich ein bisschen zurückgehen zum Paradies, wo Gott mit Adam und Eva in einem herrlichen Zustand lebte. Gott hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva und lebte mit Adam und Eva im Paradies. Und sie hatten alles, was ihr Herz begehrte. Gott hat an alles gedacht. Es war wunderbar. Sie hatten wunderbare Bäume, von denen sie essen konnten. Nur in die Mitte des Gartens hatte Gott zwei Bäume gestellt und hat den Menschen gesagt, und das möchte ich jetzt aus der Bibel vorlesen, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 16 bis 17. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und ich glaube, viele kennen diese Geschichte. Die Schlange kam und hat Adam und Eva verführt und sie haben doch von diesem Baum gegessen und der Tod kam. Die Sünde kam herein und sie mussten das Paradies verlassen, weil vor diesem herrlichen, wunderbaren Gott hat nichts Unheiliges, nichts Unreines bestand. Gott selbst hat den Menschen diesen freien Willen gegeben. Er hat sie gewarnt. Er hat gesagt, ist davon nicht, weil er hatte gute Pläne und er wusste, das schadet den Menschen. Das tut ihnen nicht gut. Aber sie haben nicht gehört auf Gott. Und so mussten sie aus diesem paradiesischen Zustand heraus das Paradies verlassen. Und Adam und Eva haben Kinder bekommen. Kain und Abel und der erste Mord ist geschehen. Und auch sie haben wieder Kinder bekommen. Und die Menschen haben sich immer weiter von Gott entfernt. Mord und Lüge kamen in die Welt. Die Sünde war da und sie sind mit jeder Generation eigentlich weiter weggekommen von Gott. Immer weiter weg von diesem wunderbaren Garten Eden, von diesem wunderbaren Paradies. Gott war darüber sehr traurig. Er wollte das nicht. Er hat so viele Versuche gemacht, um die Menschen wieder zu sich zu ziehen. Schau dir das alte Testament an. Aber die Menschen sind böse von Grund auf und haben sich immer wieder von Gott entfernt. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Sie sind doch wieder in Sünde gefallen. Doch weil Gott die Menschen so sehr liebt, ist er ihnen in Jesus Christus, seinem Sohn, begegnet. Er ist praktisch in seine eigene Schöpfung durch Jesus Christus gekommen. Und er hat sich erniedrigt und klein gemacht. Jesus Christus hat auf der Erde hier ohne Sünde gelebt. Er war rein von Schuld. Er hat nicht gelogen. Er hat nicht gemordet. Er war frei von Sünde, lesen wir. Und um die Menschen zu erlösen, um sie wieder zurück ins Paradies zu holen, um ihnen sozusagen wieder das Ticket für diesen Garten Eden zu geben, um ihnen das ewige Leben wieder zu schenken, musste Jesus selbst am Kreuz unschuldig für unsere Schuld bezahlen. Durch Jesu vergossenes Blut sind wir gerettet und haben freien Zugang wieder zu Gott. Durch das Kreuz kommen wir praktisch zurück ins Paradies, in diesen Garten Eden. Haben wir wieder Zutritt. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Aber er hat uns den freien Willen gegeben. So wie damals Adam und Eva. Er hat sie gewarnt. Und auch heute sind wir unterwegs als Jesus-Jünger und erzählen den Menschen das Evangelium. Und sie wollen es hören oder sie wollen es nicht hören. Wir haben die Gebote Gottes. Wir haben Richtlinien durch die Bibel bekommen. Wir können es annehmen. Wir haben einen freien Willen oder aber nicht. Und wenn wir es nicht annehmen, dann können wir nicht mit diesem heiligen, mächtigen Gott zusammen sein. Ja? Gott hätte die ganze Erde vernichten können. Das wollte er nicht. Er ist uns in Jesus Christus begegnet. Er hat alles getan. Und wenn Menschen sagen, ja, wo ist denn Gott? Warum greift er nicht ein? Er hat schon eingegriffen. Durch Jesus Christus. Mehr geht nicht. Er hat teuer bezahlt. Mit seinem eigenen Leben. Ich habe darüber sehr viele Videos. Und ich bitte dich, die anzuschauen, damit du weißt, was am Kreuz geschehen ist. Damit du die Botschaft des Kreuzes von Jesus Christus verstehst. Und du kannst Jesus Christus annehmen. Du kannst ihm bitten, dir deine Schuld zu vergeben. Dass du so weit weggekommen bist von Gott. Dass du gelogen hast, gestohlen, unreine Dinge gemacht hast. Dinge, die Gott nicht gefallen. Es reicht Jesus, um Vergebung deiner Schuld zu bitten. Und dann ist sie dir vergeben. Weil Gott selbst sagt das. Gott ist Gott Vater Jesus Christus und der Heilige Geist. Und wenn du Jesus angenommen hast, wenn du Jesus folgen willst, wenn du Buße getan hast, also umgekehrt bis zu Gott, praktisch die Richtung gewechselt hast, nicht mehr von Gott weg, aus dem Paradies weg, sondern zu Gott wieder hin, auf den Garten Eden hin, auf das Paradies hin, durch das Kreuz zu Gott, dann sagt Jesus, lass dich taufen. Das ist das volle Evangelium. Wir kommen zum Glauben an Jesus Christus. Wir tun Buße. Wir lassen uns dann taufen. Damit meine ich die Wassertaufe, die biblische Taufe. Und auch darüber habe ich viele Videos. Bitte schau sie dir auf meinem YouTube-Kanal an. Und wenn du getauft bist, dann empfängst du den Heiligen Geist. Jesus Christus gibt allen Menschen den Heiligen Geist, die ihm folgen, seinen Kindern. Er lässt uns nicht alleine. Du bekommst den Heiligen Geist und es ist derselbe Heilige Geist, den auch Jesus Christus hatte. Der gleiche Heilige Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Auch dazu, zum Heiligen Geist, habe ich sehr viele Videos auf meinem YouTube-Kanal. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ich habe den Heiligen Geist schon, ich habe Jesus angenommen, ich habe Buße getan und ich habe den Heiligen Geist schon, aber nicht die Wassertaufe. Dann will ich dir sagen, Jesus Jünger tun, was Jesus sagt. Sie machen das, was Jesus aufgetragen hat. Und das volle Evangelium ist auch die Wassertaufe. Du kannst auch den Heiligen Geist haben, bevor du getauft bist. Bei mir war das so. Ich bin zum Glauben gekommen, ich bin schon im Heiligen Geist gegangen, also ich habe für die Kranken gebetet und ich habe gedacht, warum soll ich mich eigentlich noch taufen lassen? Ich war doch als Kind getauft, bis ich einen Traum hatte und bis ich dann die Bibel besser kannte und gesehen habe, was in der Bibel darüber steht. Denn Jesus Christus selbst sagt, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren bist, dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Auch darüber habe ich Videos, auch ein Video, in dem ich Zeugnis gebe von meinem Traum und warum die Wassertaufe auch ein Teil der Errettung ist. Ein Teil, nur ein Teil. Das ist das volle Evangelium. Ich rede hier in diesem Video von dem vollen Evangelium. Und das ist Jesus annehmen, also umkehren zu Gott, Buße tun, sich taufen lassen, den Heiligen Geist empfangen und Achtung, es geht noch weiter und dann die Dinge tun, die Jesus uns aufgetragen hat, nämlich in die Jüngerschaft und Nachfolge kommen. Das heißt, das Evangelium verkünden, Kranke heilen, Dämonen austreiben und auch wieder taufen und sie zu Jüngern machen, Tote auferwecken. Wir tun die gleichen Dinge, die Jesus getan hat, weil wir hier sind anstelle von Jesus, weil wir seine Botschafter sind. Das ist das volle Evangelium. Und weißt du was? Wir werden wieder mit Gott zusammen sein, denn Gott selbst macht eine neue Erde. Er schafft wieder das, wo wir angefangen haben mit Adam und Eva. Nur diesmal gehen wir auf diese neue Erde ohne Sünde, weil wir gereinigt sind und geheiligt sind durch Jesus, weil wir ihm folgen, weil wir das tun, was Jesus gesagt hat. Und in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7 steht, Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Also da ist er wieder, der Baum, da ist wieder das Paradies, die neue Erde, ein himmlisches Jerusalem, also eine echte Erde, nicht irgendwie auf einer Wolke schweben, sondern mit Straßen, mit Wohnungen. Auch darüber habe ich zahlreiche Videos, wie es dort aussieht. Und ich sage immer nur das, was in der Bibel steht. Nicht etwas, was ich mir selber ausdenke, was ich selber gerne hätte, sondern Jesus Nachfolger. Das volle Evangelium heißt auch, die Schrift als wahr anerkennen und das tun, was Jesus gesagt hat und sich auf das Wort Gottes stellen. Denn Jesus ist das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Das ist das volle Evangelium. Die Menschen haben sich von Gott entfernt, nicht Gott von den Menschen. Und wie es jetzt aussieht, hier auf der Erde, ja, das ist ein Zeichen, dass die Bibel wahr ist, dass der Tod, die Sünde in die Welt kam, durch die Fehlentscheidung von Adam und Eva. Und ich bete dafür, dass du jetzt keine Fehlentscheidung triffst, sondern umkehrst zu Gott. Er hat alles vollbracht, er ist da, damit alles wieder zum Guten gewendet werden kann und wir gemeinsam auf der neuen Erde im Paradies sozusagen mit diesem heiligen, mächtigen Gott leben, in Gerechtigkeit und geheiligt sind mit reingewaschenen Kleidern. Vielen Dank.